Musik Ja, wie gesagt, wir müssen auch umziehen Ja Aber irgendwann, bis zu denen kannst du auch nicht hinzuziehen Ja, wir müssen Asun uns spotten nehmen, Alter, aber wir müssen jetzt auf die zwei Rocktracks warten Ja Ja Ja, jetzt in die Richtung mehr Heavy Turrets gemacht Komm, so wahrscheinlich von der anderen Seite Nee, glaub ich nicht Brauch eine Kletterdinger wieder Die normalen Turrets sind weggegangen, kann das sein Ja, alle normalen Turrets sind weg Überleben die Heavy in den scheiß Rocket Stoß Anscheinend Ja, überleben die Ja Die haben 17.000 und so nur Damage Boah, was die kosten zum reparieren Zu viel Jetzt kannst du ja nicht reinen, das was die da oben haben Wenn wir das auch haben mit Beer Traps, das ist ein Raid Bugge Ah Nur auf die zwei Rocktracks warten und ziehen wir um, Alter Wir müssen einfach mehr Heavy Turrets craften Wir müssen halt die Base aufstellen, mindestens sofort mit Heavy Turrets da oben, ist halt voll Keine Ahnung, Alter Dass das mit dem Süße noch geht, Alter Das fackt mir halt übelst ab, gerade Vor allem, wie weit die weg sind, weiß ich Ja, Mann, Alter Denn übelst weit weg Das haut trotzdem hin Hm Vor allem, der steht halt nicht in den Händen Die sind ja nicht mal irgendwo vorunter, was ich Nee, Alter, die haben mich nicht geschossen, das war übelst kubiert Ja Keine Ahnung, Alter Ich bin übelst erschreckt Leck gerade, oder? Das Ding ist, wir können jetzt die Base jetzt nicht aus den Augen lassen, Alter Wir müssen die ganze Zeit da bleiben Ja Wir müssen uns drei in Suicide Wir müssen auf die zwei Rocktracks warten Dann müssen wir in die Sendung ziehen Das ist behindert, Alter Äh, Spinus kommt bei uns Von vorne Oh, komm an Komm an Wir müssen dann einfach schon mal Spots schauen und Foundation spammen, glaube ich Was sollst du machen? Die Frage Naja, irgendwie der Country Red Door in die Richtung auffüllen Rocktracks sollten wir auch gleich machen Naja, der ist 76, Mann Ja Der ist 55k HP Nicht mehr Ja, der ist keine Ahnung Ja, 130er Platte Besser als nix Dann können wir auf jeden Fall noch leveln Ich hab jetzt ein neues Headset, oder? Ja, hat er Das gleiche, was ich hab Leute, fahren halt nen Turut Racer raus Ja Aber dann noch ein Lamp drauf So So Heavy Turrets machen wir da drauf Ja, und Plans Na Plans Ja, Plans Ich hab kein Tierman drin Stimmt, Plans Wir haben ja sieben Machen wir, machen wir Large Croplots Vier Stück Ja, ich hab neun Stück Okay Sind normal, glaub ich was Ah genau, ne Accurate Station hab ich dir meinen Besser KS Plus, wie baue ich das am Besten? Ja, neun Stück Eins, zwei Keine Ahnung, Alter Mit Rocktrick bin ich jetzt viel schneller Dann kriegen wir ja Bis zum nächsten Mal Ja Ja Ja, da ist ein Rockback Wo er uns, oder? In den Git-Tamter Ja, ne, ne, ja 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 Willkommen zurück, wir haben jetzt die ganze Zeit hart gefarmt und jetzt werden wir umziehen. Auf jeden Fall. Ich sehe die Kamera noch. Okay, bring den mal raus. 10 Stück habe ich gerade. Crack hat noch 25. 3 Steckdosen ist da auf jeden Fall. Ich brauche glaube ich ein paar Tetsch oder? Ne, ich werde das einfach direkt bauen, keine Ahnung. Alter ist das übelst eng da oben. Und 4 Heavy Turtles auf jeden Fall direkt. Nehmen wir mal da von vorne an weg. Nehmen wir auch da irgendwo weg. Fuel brauche ich auch noch oder ist noch Fuel drin? Nehmen wir jetzt. Gut. Steck auf. Orange Boxen hast du ja gekostet. Da kannst du ja oben sein Starcraft und da oben ist alles. Ja, ich habe die neuen Stimmen oder so. Jetzt ist die Frage, bauen wir auf der Seite da? Oder schau mal da ist nämlich so ein geiler. Was willst du sagen? Was siehst du da drin? Und da kommst du ja nicht hoch über den Aufgang da. Ja, ja. Du kannst ja höchstens an die Mauer da herrennen. Ja gut, das bringt ja da viel. Ne ne, da kommst du nie hoch. Ich habe gesagt da rein oder? Da ist komplett gerade. Ja, ja, ja. Das heißt wir müssen da clearn. Ja. Komplett gerade eigentlich oder? Ja. Ne net, Digga. Ich muss so Foundations ablesen. Weißt das überhaupt. Jetzt was gerade nach oben. Okay. Ich schieße gerade eben weg. Ich hoffe, dass das passt. Das lag gerade wie scheiße. Ich glaube es mir gerade irgendwo gesprengt. Wird sie wahrscheinlich. Mann, es geht genau zwei hoch da bei mir. Das passt aber gut. Kommt man nämlich auf der Seite jetzt nicht rein. So, eins größere haben wir es schon mal drüben. Jetzt habe ich ne Foundation ersetzt durch ein Leck. Egal. Ich habe genug. Ich habe genug. Alter, es lag wie scheiße. Ich habe schon wieder doppel gesetzt. Was ist denn gerade? Schauen wir zu unserer Base runter. Mit dem Rock Track schnell. Das macht mir irgendwie Angst, dass es so laggt. Ich habe einen Weg zum Bauen. Geh einfach runter. Der Mann kommt von hinten rein. Das ist perfekt. Ich hab Angst, dass es da unten ist bei uns. Bei uns steht noch alles. Ok passt, dann wird nicht bei uns gesprengt. Ich sehe nix. Gut. Bei den Spasten kann man halt echt nicht auf eine Nummer sicher gehen. Die schon wieder auf eine Scheiße machen. So und steht noch alles. Ok perfekt. Ich bin nicht der beste Bauer. Gar nicht. Wenn Rasul es schaut, wird er glücklich sein, hoffe ich mal. So weit geflogen. Ey. Es leckt gerade wie Scheiße man. Ah. Hallo? Rockman? Ja es leckt wie Scheiße. Du kannst ihn wahrscheinlich nicht wirklich gerade steuern schätze ich. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich brauch die. Ich muss dann wieder hochkommen. Geht bitte. Was ist das? Mann, das ist wie es leckt. Oh. Ja. Hätte ich jetzt, mir egal. Geben ist unmöglich gerade. Alter Schwede. Was ist denn gerade? du? Ich weiß es nicht. Du brauchst die. Ja. du hast gerade gleich gesagt geld bei den lechsen da bist du mann alter digga herz und fackt mir keine ahnung wird auch von versteht damit weg neben mir wie groß bist du denn haben sie noch ans nach vorne bauen in die richtung ist scheiße ja da ist metal wie scheiße darum ihr kennt da noch vorne kennt ihr noch ans bauen ich glaube das ist weiter machen pro gräser 20 uhr perfekt ja der rate der genug weight also auch da rein einfach das metal kannst du alles reinhauen wie gesagt so brauchen wir dann auch noch für die pläser auf jeden fall auch noch eine zweite türen deinen eingang können wir hinten machen so wie es gebaut hat ich glaube es ist fast perfekt es ist es es ist es ist es 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 Das kenne ich eigentlich. Das wird richtig jetzt. Ich kenne da so einen kleinen Tourist-Bowl. Achso, du bist so einen fetten, du Hintbohnen. Du sagst euch hohe. Nee, das kostet so wie ein Metal, glaube ich. Das ist schon ziemlich schief, was so anderes zu verwendet, ne. Wo kann ich das nicht placen? Die Kabelung brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr. Jawohl geht's. Gut. Passt. Kann man die hier auch aufbauen. Die Klaner wahrscheinlich nicht gehen. So. Du gehst hier doch auch oben. Ich geh noch mal kurz runter. Mehr Heavy-Turids holen. Und mehr Kabel machen. Ich sag, wir triggern dann nächste Session einfach. Wenn wir geradet haben. Das Ding ist, mit Beer-Traps kriegt uns da oben keiner weg. Und ein Turret-Tower oder so, keine Ahnung. Was ich schon wieder vergessen habe. Was ich schon wieder vergessen habe. Hinten reichen auf jeden Fall 250. Türe und Rahmen habe ich schon wieder vergessen. Mehr Graveling-Hockey gehen ja nicht, Mann. Erst eine Verkabelung nochmal machen. Was ist da oben eh schon alles abgefahren, gell? Ja. Lass mich die Rockdecke kurz runter. Und wegen Dinger schauen. Wendem was ich gemacht habe. Nein, nein. Crop-Plots. Äh. Crop-Plots und... Ja, ich Crop-Card. 80 Crop-Plots. Ja, so viel brauchen wir nicht. Doch. Ich place ja alles wirklich voll. Ne, wir haben nicht so viele Dinger. Ja. Ja, 50 haben wir. Ja, das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Als ob wir 50 Dinger haben. 5, 10 oder? 10, ja. Ja. Ja, ich... Ich... Ich cross jetzt einfach mal so, keine Ahnung. 50 Stück oder so. Ich habe unten noch einen Gangbinder produziert. Wenn nichts dazu ist. Ok. Leute, das sind keine 50 Leute eh. Ja. Sagt das wo. Ich krieg's. Ich habe im Chat 50 Leute in der Slack. Ich mache meine Gigi. Dann Spreng schneller! Hat das gerade gesorgt oder das? Ja ne, da hat so, Iron hat gesagt, dann Spreng schneller! Null! Ja gut, da war recht, da war recht! Ja ja, aber wir sprengen ja nicht! Na gut! Muss ja keiner wissen, dass wir nicht sprengen! Ja! Wir wissen eh, einmal kommt mit außen rum alles mit Foundation Spam, ne? Ja! Metal-Farmer unten mit den Rock-Trips! Gehst du kurz runter, eine Türe mit Dürrahmen craften? Ich würde nämlich vergessen! Wollen wir die Roll-Red tamen? Obwohl, glaubst, schafft man die da rum zu tamen! Weiß ich nicht! Hast du Honig? Ja, Honig kriegen wir schon irgendwie! Ich glaub Honig ist nicht das Problem! Müssen da mal schauen, ob man auf dem Ding... Ähm, bist du gerade mit Rock-Track vorbei? Müssen schauen, ob man... Dann am Aufgang da auf jeden Fall... ...Turret blazen kann! Sonst können wir da glaube ich hoch schießen! Müssen wir schauen, da rechts so ein Turret-Tower blazen, der nach außen schaut! Ich bin so lange kein Rock-Track mehr geflogen, ne? LOL! Als ob das Out-Of-Range ist, Alter! Oder ganz draußen! Oder ganz draußen! Aber ganz draußen!